Hallo, ich bin Alex und ich brauche jetzt eine Pause. Ich probiere mal den Kaffee in KG4. Lass uns mal reingehen. Unter der Woche gibt es in KG4 von 12 bis 14 Uhr Kaffee für 50 Cent. Der Kaffee ist gut. Es ist eigentlich ein Bilder-Kaffee. Schmeckt wie von zu Hause. Da sucht man einen Keks. Und warum trinkt ihr hier den Kaffee? Es liegt halt auf dem Weg von der Mensa zur OB und ist einfach noch praktisch und der Kaffee schmeckt gut. Es ist halt auch nur 50 Cent. Man kriegt einen Keks dazu. Und verlängert die Mittagspause. Ich wollte dich mal fragen, warum ist es hier der beste Platz, Kaffee zu finden an der Uni? Also es ist halt von Studierenden für Studierende. Das sind halt die KG4-Fachschaften, die hier den Kaffee machen. Das heißt, wenn man möchte, kann man die halt finanziell unterstützen. Wolltest du nicht noch Tee? Für die paar Exoten, die zur Kaffeethe gekommen und Tee trinken wollen, haben wir auch Tee. Wer eine Pause und Kaffee braucht, ist der hier richtig. Der Kaffee mit dem Keks dazu ist unschlagbar günstig.